Lieber Porsche-Fahrer, zuallererst möchte ich Ihnen herzlich zu Ihrem neuen Traum Porsche gratulieren. Die aufregende Auslieferung liegt nun hinter Ihnen und Sie konnten hoffentlich die ersten Meter mit Ihrem neuen Traum Porsche absolvieren. Da jetzt sicherlich einige Fragen bei Ihnen aufgetaucht sind, wo Sie nicht sofort eine Antwort haben, möchte ich Ihnen heute ein Tool mit an die Hand geben, was Sie optimal dabei unterstützt. Und wie sollte es anders sein in der heutigen Zeit? Da gibt es eine App, und zwar für die iOS-Geräte und für Android-Geräte. Wir nehmen heute beispielhaft ein iPhone, also ein iOS-Gerät, und erklären Ihnen einmal, wie Sie die App finden und wie Sie sie bedienen. Wir nehmen unser Telefon zur Hand und gehen als erstes in den App-Store. Im App-Store, wer schon mal eine App runtergeladen hat, wird sich dort sofort zu Hause fühlen. Wir gehen auf das Suchfeld und geben dort ein Gut zu Wissen. Gehen auf Suchen und wir werden gleich an zweiter Stelle einen Porsche-Wappen sehen, mit dem Schriftzug Gut zu Wissen. Diese App, die laden wir einfach mal runter. Die ist nicht besonderlich groß. Ich empfehle trotzdem, in der Zeit im WLAN zu sein. Kommen wir nachher auch noch mal zu, warum das WLAN wichtig ist. Wir müssen nämlich die ganzen Fahrzeugdaten einmal runterladen. So, wir starten. Sie nehmen Ihr Handy, dort die App, gut zu wissen, einmal anklicken. Dann startet auch direkt der Homescreen und Sie kommen auf die erste Seite. In unserem Fall ist das die Fahrzeugauswahl. Und das Charmante an der App ist, Sie können sich hier wirklich alle aktuellen Modelle von Porsche anzeigen lassen. Wir nehmen jetzt mal beispielhaft den Macan. Und das nächste, wenn Sie auf das Auto klicken, es kommt die Abfrage nach dem Modelljahr. So, dass Sie halt auch rückwirkend, wenn Sie ein etwas älteres Fahrzeug fahren, auch hier Modelljahr 2017, 2016, 2015 etc. nach hinten gehen können. Und auch da alle Erklärungen zu dem Fahrzeug bekommen. Wir nehmen mal Stand heute das Modelljahr 2019, weil das der aktuelle Macan ist, und gehen auf Download. Und jetzt ist es unglaublich wichtig, dass Sie im WLAN sind, außer Sie haben einen sehr guten Datentarif, weil jetzt eine ganze Menge Daten, in dem Fall 241 MB, auf Ihr Handy runtergeladen werden. Das bedeutet auch gleichzeitig, dass die Daten auch offline verfügbar sind, selbst wenn Sie mal keinen guten Handyempfang haben. Wir warten das jetzt einmal kurz ab, bis es runtergeladen ist, und dann geht es weiter. Der Download ist nun beendet und wir haben den Porsche Macan digital komplett auf unser Handy runtergeladen. Und wir starten mal direkt damit mit der Übersicht, was man quasi alles sehen kann. Man hat eine kleine Übersichtsseite, wo unter anderem der neue Macan mit so einem kleinen Teaser-Video gezeigt wird, was ist so neu, was ist besonders an dem Auto. Dann haben wir die Unterkategorien wie Funktionen im Detail, Porsche Connect, interaktive Grafiken und Videoanleitungen. Und für mich am spannendsten, oder was ich am spannendsten finde, sind die Videoanleitungen. Und mit denen starte ich jetzt einfach mal. Sie klicken auf Videoanleitungen und haben dann nochmal eine grobe Übersicht über die einzelnen Kategorien. Eine Kategorie, die ich Ihnen heute zeigen möchte, ist das Thema Fahren und Fahrassistenzsysteme. Sie klicken einmal drauf und bekommen dann schon direkt die Videos angezeigt, die es da so gibt. Und wenn Sie immer schon wissen wollten, wie Ihr Spurhalteassistent eigentlich funktioniert, wie Sie ihn richtig bedienen und was der eigentlich macht, dann können Sie das Video direkt starten. Das machen wir einfach mal. Das war jetzt das Beispielvideo für den Spurhalteassistenten. Wir gehen mal wieder zurück ins Hauptmenü. Und da möchte ich Ihnen noch eine Sache zeigen und zwar sind das die interaktiven Grafiken. Wenn Sie da raufklicken auf die Kachel, kommen Sie in ein Übersichtsmenü mit verschiedenen Grafiken von Ihrem Fahrzeug, wo Sie unter anderem hier als schönes Beispiel die Mittelkonsole sich anzeigen lassen können. Mit der Pitch- und Zoom-Geste, das sind zwei Finger aufs Display und auseinanderziehen, können Sie die Grafik etwas vergrößern und können dann sich jeden einzelnen Knopf erklären lassen. Wir nehmen jetzt mal als Beispiel die Fahrassistenzsysteme, das Porsche Stabilitätsmanagement und können dort, da erscheint jetzt so ein großes I, draufklicken und bekommen dann eine betextete Anleitung. Finde ich super, besser kann man das System nicht erklären und Sie wissen immer, welcher Knopf welche Funktion hat. Das waren jetzt zwei beispielhafte Funktionen der App, gut zu wissen. Ich möchte Sie ermuntern, die App aus dem Store herunterzuladen und selber auszuprobieren. Ich hoffe, die App hilft Ihnen dabei, Ihr Fahrzeug noch besser zu verstehen und optimal auf Ihre Bedürfnisse einzustellen.